Eine Ausbildung? Das ist doch nix, da verdienst du doch später kein Geld und überhaupt solltest du doch unbedingt studieren. Vielleicht hast du es so oder so ähnlich schon mal gehört, aber ist da was dran oder ist eine Ausbildung doch eine super Möglichkeit? Finden wir es raus. Weil es in unserer Gesellschaft ja so oft ums liebe Geld geht, lass uns doch gleich mal einen Blick darauf werfen. In der Ausbildung bekommst du im Gegensatz zum klassischen Studium sofort ein monatliches Gehalt. In einigen Berufen 1000 Euro und mehr. Das ist vermutlich schon mal ein gewaltiger Unterschied zu deinem gewohnten Taschengeld. Rechnen wir mal mit 800 Euro. Das macht in drei Jahren schon mal 28.800 Euro. Und nach der Ausbildung ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du übernommen wirst und danach natürlich sofort deutlich mehr Einkommen hast. Nicht wenige machen nach dem Bachelor noch den Master oder sie brechen das erste Studium ab und fangen ein anderes an und werden dann mit Mitte oder sogar Ende 20 erst fertig. Und viele von denen müssen nebenbei Kellnern oder Taxi fahren, um ihr Studium zu finanzieren. Erst danach, wenn sie dann ins richtige Berufsleben einsteigen, kommen sie ins Geldverdienen. In der Zwischenzeit bist du vielleicht schon einige Jahre in deinem Beruf tätig, hast Erfahrungen gesammelt, Geld verdient und in die Rente eingezahlt und dir vielleicht schon den einen oder anderen Traum erfüllt. Also zumindest in den ersten Jahren hast du finanziell die Nase vorn. Nur die Dualstudierenden bekommen auch eine Vergütung. Und ja, Akademiker haben in der Regel später ein höheres Einkommen als Nicht-Akademiker. Das will ich gar nicht unterschlagen. Aber jetzt mal weg vom Finanziellen. In einer Ausbildung bekommst du vom ersten Tag an ganz viel Praxis mit. Du lernst den Job von der Pike auf. Du bekommst Einblicke in die verschiedenen Unternehmensbereiche oder Abteilungen und verstehst, wie es in einem Betrieb abläuft und wie das spätere Berufsleben sein wird. Du wirst Dinge kennenlernen, die dir so nicht gefallen oder nicht so liegen und Dinge, die dich begeistern und die genau deinen Stärken entsprechen. Die Erfahrungen aus der Praxis werden dir helfen, die Theorie besser und leichter zu verstehen. Die Theorie bekommst du in der Berufsschule vermittelt, wo du neben neuen Lerninhalten auch eine Menge neuer Leute kennenlernen wirst, die aus unterschiedlichen Betrieben kommen. Ihr könnt euch über eure unterschiedlichen Erfahrungen austauschen und dabei entsteht dein erstes Netzwerk nach der Schule. Und nach deiner Ausbildung liegt es meist nur an dir, ob du in dem Betrieb weiterarbeiten möchtest oder dich nach einem anderen Unternehmen umschaust. Fachkräfte sind heiß begehrt in unserer Zeit. Wenn du gut bist in deinem Job, wirst du auch viele Möglichkeiten haben. Im Handwerk kannst du zum Beispiel deinen Meister machen und dann vielleicht ein eigenes Geschäft oder eine Werkstatt aufmachen. Du kannst dich spezialisieren und in deinem Bereich zu einem gefragten Experten bzw. Expertin werden. Auch im kaufmännischen oder sozialen Bereich wirst du viele Möglichkeiten haben, dich weiterzubilden und dann eventuell die Teamleitung oder Abteilungsleitung zu übernehmen. Schau dir dazu auch gerne mein Video Lebenslanges Lernen an. Das verlinke ich dir nochmal in der Beschreibungsbox. Es kommt immer darauf an, dass du das machst, was deinen Stärken entspricht und wie sehr du dich beruflich engagierst. In vielen Berufen braucht es dazu nicht unbedingt einen Bachelor- oder Masterabschluss. Es ist auch kein Beinbruch, nach der Ausbildung noch einmal etwas ganz anderes zu machen oder doch nochmal ein Studium zu machen. Du veränderst dich mit dem Alter, sammelst Erfahrungen, hast andere Interessen, eine ganz normale Entwicklung. Du siehst, eine Ausbildung ist immer noch eine solide Basis für dein späteres Berufsleben und alles andere als eine Einbahnstraße. Für mich war es damals der richtige Weg und ich würde es wieder so machen. Also vielleicht auch für dich? Ich hoffe, dir hat das heutige Video gefallen und es hat dir geholfen. Wenn ja, dann lass gerne ein Like da, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du keine Videos mehr von uns verpasst. Außerdem freue ich mich über alle Kommentare. Bis zum nächsten Mal, ciao und mach's gut!